Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe diesmal wieder einen Food Haul für euch am Start. Wir waren, wobei ich lüge, der Uwe war, beim Markendiscount Netto. Ach, ich muss nochmal anfangen. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe diesmal wieder ein Food Haul für euch am Start, der Uwe war, nämlich beim Netto Markendiscount, beim Brotennetto einkaufen und hat uns wieder allerlei leckere Dinge mitgebracht. Es musste einiges nachgefüllt werden wieder und andere Dinge hat er, wie ich sehe, mitgebracht, die einfach lecker waren. Es ist gesundes und ungesundes dabei. Fangen wir einfach mal an, denn es ist richtig warm draußen und wir haben Tiefkühlung auf dem Tisch und die möchte ich euch zuerst zeigen, dass der Uwe die direkt wieder reinpacken kann in die Friertruhe. Okay, fange ich direkt mal an mit Eis und zwar habe ich von Jacks Ice Cream Choco Caramel Core, also Schokolade und Schokoladen-Eiscreme. So ein Becherchen hat er mitgebracht. Da sind 500ml drin und diese Teile, die sind echt super lecker. Dann hat er noch von Magnum mitgebracht, Praline, auch so ein Eisbecher. Da sind 440ml drin. Das habe ich noch nie gehabt. Da bin ich gespannt, wie das schmeckt, weil heute ist Samstag, meine Lieben, Cheat Day. Da wurde das direkt verspeist. Dann habe ich für mich und für Tera so eine bunte Beerenmischung. Beerenmischung mit Sauerkürschen, Erntefrisch, Tiefkopfbohren, da sind dann Brombeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Blaubeeren, alles. Also ich möchte Kira da von Himne-Eis machen. Genau. Und für unsere Seele hat der Uwe noch einen Mini-Windbeutel mitgebracht. Große Liebe, seht ihr die Herzchen in meinen Augen? Ja, Mini-Windbeutel, saulecker. So, jetzt ab in die Tiefkühlung. Jetzt ist ein bisschen Lärm, weil hier wird gearbeitet. Und nicht gegammelt. Weiter geht es mit einer ganzen Stiege Haarmölz-Fettarm, 1,5% Fett, die wir immer holen, haben wir in den ganzen Kasten geholt, weil wir es können. Weil wir es brauchen. Dann hat der Uwe mitgebracht, ich weiß ja nicht, wo sollten wir erstmal mit dem Kühlschrank weitermachen, Würstchen für am Strand, Wiener Würstchen mitgebracht. Und zwar sind hier drin 20 Stück. Ja, da nehmen wir uns nochmal eine Handvoll mit. Da kann Kira auch was am Strand dann haben. Und damit ist da unser Wohleergehen auch gesichert. Zweimal Mozzarella hat er eingepackt. Hast du gut gemacht, habe ich mir gewünscht. Hirtenkäse. Das ist ja, ich sag mal, Väter für Arme. Das ist ja keine Ziegen-Weschichte, sondern Kuh. Kuh-Dings. So für Kiras... Kuh-Dings. Kuh-Dings-Pops. Für Kiras Hunde-Eis brauchte ich Joghurt. Ich wollte am liebsten Fettarm haben, den mit 1,5% Fett. Es gab aber beim Netto in der mexikanischen Würfelbude nur 3,5% Fett. Haben wir den also mitgenommen, weil die Kira Eis kriegt. Und ich habe mir auch was mitgenommen, dass ich für meinen Eiweißbedarf halt Joghurt essen kann. Genau. Also haben wir vier Teile davon mitgenommen. Schau, hast du da drauf? Ja, ja. Ja. So, dann ist nochmal mitgekommen, dreimal Schlagsahne. Und ich glaube, das war jetzt eigentlich alles für den... Nein, war noch nicht alles für den Kühlschrank. Hier ist ja noch auf aller Hand. Mensch. Kirschbritze. Die ist so lecker. Wir hatten ja erst diese gemischte, ne? Wo viel ist aber... Die hier, wer Kirschen mag, saulecker. Wirklich. Die kann ich nur empfehlen. Ja, ist einmal Kirschbritze mitgekommen. Wir wollen grillen. Haben wir Grillfleisch mitgenommen. Und zwar vom Barbecue-Köstritzer-Schwarzbier-Marinade. Grillfleisch. Und dann noch einmal Schweine-Nacken-Steaks- und Kräuter-Marinade. Genau. Zum Grillen. Und weil ich manchmal 35 Grad nicht hinstellen will und Kartoffelsalat mache, haben wir einmal wieder diesen Frühlings-Kartoffelsalat mitgenommen. Spreewälder Frühlings-Kartoffelsalat mit Essig und Öl und Kräutern. 700 Gramm. Und der schmeckt sehr gut. Der schmeckt super. Ja. Ich glaube, das war es jetzt aber. Wenn man hier ist auch noch was für die Kühlung. Und zwar haben wir mal 8 Mix-Ecken mitgenommen. Das ist so Schmelz-Schm... Ja, Schmelz-Räse, ne? Vom Gutes Land. Und da sind drinne Schinken, Paprika, Sahne und Kräuterecken. Genau. Ab und zu gönnen wir uns die Düsen ziemlich lecker. Genau. Das haben wir. Die Kiva hat auch was bekommen. Ich habe das noch nie bei Netto gesehen. Uwe glaube ich auch nicht. Und jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Und zwar Pablo Dental-Caustics mit Vitamin C. Da sind sieben Stück drin. Die sollen effektiv die Zähne reinigen. Naja, ich glaube es eher nicht so. Aber naja, unterstützt frischen Atem. Das ist wohl eher ideale Maulhygiene durch Zahnbelachs-Beduzierung. Von Tierärzten entwickelt. Ja. Also, was ich gelesen habe, ist das Getreide drin ist. Von Zucker habe ich nichts gelesen. Aber es steht auch nicht explizit drauf, dass hier kein Zucker drin ist. Aber wir wollen es nochmal ausprobieren, ob die Kira das mag. Da. Für den Hund. Für mich gibt es eine grüne Kurke. Bei dem Wetter Gold wert. Dann wollen wir einen Pflaumenkuchen machen. Da hat der Uwe uns Pflaumen mitgebracht. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Vielleicht wirkt auch sowas zum Maschen. Eine Schale Erdbeeren. Die sehen auch so lecker aus. Guckt euch das an. Ihr könnt da sofort innen essen. Spricht ja nichts gegen, oder? Dann haben wir Rispentomaten mitgenommen. Ein Netz Avocados. Wie viele sind da drin? Drei, fünf. Genau. 500 Gramm. Aus Kolumbien kommen die. Avocados. Ich liebe es. Dann haben wir mitgenommen eine Wassermelone. Die sieht auch ganz gut aus. Sie hat hier eine schöne Liegestelle und die hat ein paar Narben. Sie ist rund. Sie könnte wenig Kerne haben. Schauen wir mal. Und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Zum Grillen wollte ich gerne noch rote Paprika haben. Genau, die ist auch mitgekommen. Ein Eisbergsalat ist mitgekommen. Super lecker. Dann haben wir noch was zum Knabbern mitgenommen. Und zwar Tuckkekse. Schreibt es mal in die Kommentare, wer auch so die Tuckkekse feiert. Und die haben wir gleich zweimal mitgenommen. Kommen solche mit am Strand. Dann ist man da auch versorgt. Aha. Was hat er denn da eingepackt? Weiß ich nicht. Das stand nicht auf dem Zettel. Das haben sie mir nicht geschmeckt. In der Tasche drüber. Draußen. Weiß das Duplo mit weißer Schokolade. Sehr, sehr lecker. Ja, eigentlich. Für morgen, für Sonntag. Aufwachs-Schrupel. Für mein Krümel-Monster. Kekse. So, hier hat er eine Gebäckmischung mit Schokolade. Schau mal an die Zähne in dem Licht. Ja, glaube ich schon. Und eine Waffel-Mischung mit Schokolade. Die ist lecker. Die haben wir ja von unserem Schätzlein Biggie im Päckchen gehabt. Und die war direkt eingeatmet. Und die war so lecker, ihr seht das. Der Uwe hat es gleich nachgekauft. Dann haben wir Gerieß mitgenommen. Weil bei so einem Wetter ist Gerieß toll. Also ich liebe es. Dann muss ich mal hier von meiner Erdbeere Ja, der Uwe brauchte Kaffee-Sahne. Hat er dreimal mitgenommen. Was hat er mir denn hier mitgebracht? Für dich? Ja, für uns. Nee, das ist nicht so. Das ist also für mich. Softcake In Orange Und Softcake in Himbeere Wobei ich Orange mehr feiere als Himbeere. Also Himbeere ist schon extrem süß. Wer auf extrem süß steht, für den ist das bestimmt was. Aber ich ziehe mir eher in die Orange, ziehe mir mehr vor. Ja, Zitrone hatten sie nicht. Gibt's glaube ich auch gar nicht. Doch, wir hatten noch mal Lettern von Zitrone, ja. Nee, Orange. Ja? Na gut. Ja. Also das ist sehr lecker. Freut mich auch, wenn man da mal eins benaschen kann. Dann hat der Uwe wieder Letter gebraucht. Hat er sich gleich vier wieder mitgenommen für den Vorrat. Und jetzt kommen wir noch mal zu zwei, drei gesunden Dingen. Und zwar habe ich eine Grapefruit gewollt. Die hat er mir mitgebracht. Die Kiwis standen nicht auf dem Einkaufszettel. Aber da freue ich mich mega drüber, dass er sie mitgebracht hat. Und zwar sind das die goldenen, glaube ich. Sun Gold, ja. Das sind die weißen. Quatsch, die weißen, die gelben. Und die gelben, die sind so, so lecker. Ja, ich mag die grünen auch gerne. Aber diese gelben, ich liebe sie. Ja und für das Affenhaus. Bananen. Und zu guter Letzt, das schwerste, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Kartoffeln. Das sind Kartoffeln, ne? Ja, die sehen gut aus. Vier Kilo. Und die sind vorwiegend festkochend. Und das, was ich eigentlich immer hole. Genau. Damit wären wir durch mit unserem Einkauf. Ja, ich sehe nicht mehr. Das war es, meine Lieben. War jetzt auch anstrengend genug. Das ist ja warm. Das hier ist kein Glow. Das ist echter Schweiß. Deshalb werde ich jetzt dieses Video hier beenden. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr das Video teilt, liked, trallala und hopsasa macht. Mich damit unterstützt, damit der Algorithmus ausliefert. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, stay strong and positiv. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern. Passt auf euch auf, denn wir tun das auch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüssi Kowski, eure Susi. Tschüss.